Ne Mutlu Türküm DM der Jo meine Freunde, was geht ab? Und herzlich willkommen bei den XRP-Bolus. Ja Leute, neuer Tag, neue News, XRP News, XRP Deutschland ist heute wieder mal gut gelaunt mit euch zusammen am Start. Bisschen heißer, aber keine Angst, es geht weiter. Unter anderem könnte es im Juli eine Entscheidung geben bei Whipple vs. SEC. Dies und vieles mehr in dieses Video. Ich würde einfach mal sagen Leute, um uns zwei und vor allem die Familie zu unterstützen, abonnieren wir alle diesen Kanal, drücken auf Gefällt mir. In diesem Sinne, rein in die Euger. Ja Luis, heute hast du ein gelbes Shirt an, ne? Also hat das was zu bedeuten? Ne, tatsächlich nicht Sinan, also ich weiß nicht, was in deinem Kopf jetzt hier rumschwirrt. Ich weiß jetzt nicht, weil Olga legt dir ja immer die Klamotten raus, die du anziehst. Ah, okay. Und wieso hast du heute gelb? Also irgendwie siehst du aus wie dieser Honigjunge, ne? Der Honigjunge, ja Goldjunge, würde ich mal hier behaupten. Ja, schauen wir uns einfach mal die erste XRP-News an. Ja, und die ist unglaublich interessant. Heute, der Dienstag, der 2. Juli, legt Virtune, das an der Nasdaq Stockholm notierte Virtune XRP-ETP auf den Markt. Und dieses ETP ermöglicht Anlegern in den nordischen Ländern den Zugang zu XRP über ein zu 100% physisch besichertes, börsengehandeltes Produkt, das in einen ISK, also einer Kapitalversicherung oder einem Depot gehalten werden kann. Also hier, unglaublich krass, der Vorreiter, sag mal, für den XRP-ETF und das jetzt in Stockholm. Und zeigt definitiv, dass XRP, oder unterstreicht nochmal, dass XRP hier kein Wertpapier ist, dass ja gerade Schweden sehr bullish auf XRP ist. Und ich denke, Sinan, dass Amerika folgen wird. Alle Länder werden irgendwann mal mit uns zusammenarbeiten. Hättest du was anderes erwartet, Schweden sowieso. Ja, aber krasser Schritt, dass es jetzt direkt mit XRP getaktiv wird. Auf jeden Fall, ja, sehr überraschend, Sinan. Jetzt, komm, ich meine Winnie-Pooh ganzheit, ne? Winnie-Pooh, meinst du? Winnie-Pooh, du siehst irgendwie aus wie Winnie-Pooh heute, ne? Ja, Sinan, was soll ich dir sagen? Ich werde gleich noch eine Story raushauen, wegen Honig und so. Schauen wir uns einfach mal die nächste Nachricht an, was auch sehr interessant ist. Ja, und darum könnte der Juli eine große Entscheidung für Ripple und XRP bringen. Schauen wir uns die nochmal genauer an. Ja, und der Gründer von Dysa Capital und Yassin Mubarak hebt die Bedeutung des Julis für Ripple und XRP hervor. Und zwar der Krypto-Enthusiast hob hervor, dass in den letzten zwei Jahren, insbesondere in den Jahren 2022 und 2023, zwei wichtige Gerichtsurteile in Bezug auf XRP und Ripple erlassen wurden. Und im Juli 2022 erklärte Mubarak, dass Richterin Sarah Nedburn, eine der Richterinnen in der Ripple-Klage, die Heuchelei der SEC in Bezug auf die Zulässigkeit von William Hammans E-Mails angeprangert habe. Also da hat die Richterin nochmal gesagt, wie heuchlerisch die SEC hier vorgeht. Und ja, am 13. Juli 2023, ja, das Urteil gekommen, XRP ist kein Wertpapier. Also jetzt zwei Jahre, Sinan, die sehr wohl in Juli waren. Ja, zwei Jahre hintereinander in Juli, gab es gute Nachrichten und jetzt ist wieder Juli. Hoffen wir mal wieder auf gute Nachrichten. Ja, wir haben ja die ganzen Monate auch auf den Juli spekuliert und ich hoffe, dass es da jetzt endlich mal ein Ende findet. Ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass es die ganze Geschichte jetzt auch nach dem Juli weitergeht. Es ist natürlich sehr, sehr schwierig, Sinan, aber ich würde sagen, hier können wir uns nochmal anschauen, was ein paar Parallelen zu uns hat, Sinan, denn wir waren ja auch ein paar Mal im Urlaub, während genau solche Urteile gekommen sind. Er sagte auch, wir sind im Juli im Urlaub und dann könnte es wieder mal abgehen bei XRP. Und es ist immer so gewesen, immer im Juli ist irgendwas passiert. Also bis jetzt immer Juli war, ja, unser Monat ist Juli, habe ich das Gefühl, Luis. Viele fragen sich hier, wann wir oder wie es jetzt weitergeht, was sind die nächsten Daten. Und hier haben wir es nochmal stehen, Parteien, die auf ein endgültiges Urteil warten. Es wurde jetzt alles eingereicht und in der Zwischenzeit wartet die SEC und Ripple derzeit auf das endgültige Urteil des Gerichts. Wie bereits berichtet, haben die Parteien die Abhilfemaßnahmen in Mai abgeschlossen und während die SEC eine Geldstrafe von fast zwei Milliarden US-Dollar für Ripples Verstoß gegen das Wertpapiergesetz forderte, argumentiert das Unternehmen für eine Strafe von 10 Millionen US-Dollar. Und letzten Monat reichte Ripple eine ergänzende Vollmacht ein und zitierte den Terra-Vergleich, um sein Argument für eine niedrige Strafe zu untermauern. Jetzt nochmal mit der Bestätigung von anderer Seite des Gerichtes, dass Ripple kein Wertpapier ist. Das ist auch nochmal unglaublich krass, wo wir gestern darüber berichtet haben. Und seit der Einreichung hat das Gericht kein Update bereitgestellt. Und nichtsdestotrotz sind die wichtigsten Stakeholder von Ripple zuversichtlich, dass es mit Spannung erwartete endgültige Urteile noch vor Jahresende gefeilt wird. Und konkret spekuliert Ripple-CEO Brad Gartenhaus, dass Richter-Toros die Entscheidung noch vor Ende des Sommers 2024 treffen könnte. Also das wäre definitiv ein krasses Statement und ich wäre bullisch, Sinan. Genau, Brad Gartenhaus hat gesagt, diesen Sommer gibt es seiner Meinung nach noch ein Urteil. Abgesehen davon wollte ich noch gesagt haben an die Community, es geht nicht darum, dass Ripple noch irgendeine Geldstrafe zahlt. Geld hin oder her ist Ripple sowieso egal, können die sofort zahlen. Geld ist ja vorhanden. Es geht nur darum, dass Ripple Klarheiten haben möchte in den ganzen Kryptomarkt. Die wollen jetzt nicht nochmal irgendwann mal eine Anzeige kriegen etc. Ihr seid doch ein Wertpapier etc. Die wollen einfach alle Dokumente im Schrank haben und die Sache ist geregelt. Und dann kann unsere Reise losgehen los. Ja, ohne das werden wir keine Anwendung bekommen, weil wenn das nicht 100% geregelt ist, werden keine große Banken, keine große Institutionen, XRP, Ripple Payments, On-Demand Liquidity nutzen. Und ja, wenn man hier nochmal weiterspinnen könnte, die es ganz, ganz, ganz genau mit der zweiten Phase des Bullruns zusammenpassen. Und ich hoffe, dass XRP vielleicht auch einen großen Teil damit spielt, dass die Klage vielleicht den Bullrun hier nochmal, gerade im Allcoin-Bereich, stark nach oben pushen wird. Du wolltest im Olga-Bereich sagen, ne? Im Olga-Bereich, ja. Du hast dich versprochen gerade, ne? Ja, die Olga, die spielt auch nur bei mir im Tor. Ja, ja, das merke ich auch gerade. Aber hier, darüber wollte ich noch mit euch sprechen. Gestern gab es einen Glitch, ne, anscheinend? Ja, und das schon wieder. Ein weiterer großer XRP-Preisspanne. Und der Preis stieg abrupt auf 62.032 Dollar. Und das hatten wir jetzt schon öfters. Ähm, ja, und das immer komischerweise bei XRPs, die dann. Absolut, komischerweise, ne? Immer bei uns. Wir wissen ganz genau, wie das abläuft, sag ich mal, mit dem Market Maker. Wir haben es jetzt nochmal mit irgendwelchen Leuten besprochen gehabt. Und es, ja, ich weiß nicht, ob es wirklich künstlich runtergehalten wird. Aber machbar ist es, ne? Rein theoretisch könnten die es echt künstlich runterhalten. Deswegen, Leute, schauen wir mal. Aber 62.000 Dollar pro XRP ist schon ein bisschen... Ja, das, wie gesagt, Gletscher sind auch ganz normal. Nur ich finde es trotzdem... Hier können wir auch in meinen Kommentaren nochmal bitte spekulieren. Äh, finde ich es trotzdem komisch, dass es immer wieder bei XRP passiert. Aber wie gesagt, das heißt hier absolut gar nichts. Ich komme irgendwie nicht klar auf dein gelbes T-Shirt. Irgendwie komme ich nicht klar, ne? Ja, man muss auch ein bisschen farbenfroh sein. Wir müssen uns jetzt auch mal ein bisschen zurückhalten, Luis, ne? So sieht es aus, ne? So sieht es aus, ne? Wollen wir noch eine News machen, Luis, ganz schnell? Ja, und zwar haben wir hier nochmal eine kleine Adoption in der Schweiz. Und zwar Schweizer Bundesbank, glanziert XRP, ADA, Solana, AVEX und Dot Handel. Und zwar PostFinance, eine Bank, die sich vollständig im Besitz der Schweizer Regierung befindet, hat XRP, Solana, Cardano, Avalanche und Polkadot Handelsdienstleistungen für ihre Kunden eingeführt. Ähm, ja, XRP, das böse, der böse Coin, der ja noch in der Klage steht, äh, der von der Schweiz besonders jetzt hier nochmal eingeführt wird. Hier nochmal ganz wichtig, äh, die Erwähnung im Besitz der Schweizer Regierung. Finde ich auch nochmal sehr interessant. Ich, ich, ich wusste immer schon, dass die Schweizer richtig intelligente Personen sind. Ja, da, da steckt auf jeden Fall was hinter. Jo, die Schweizer machen möglich, ne, Luis? Ganz viel richtig. Ja, absolut. Ja, Leute, das war's auch schon gewesen. Ähm, ich werde mich jetzt zurückziehen. Luis wird hier mit seinem gelben Shirt, keine Ahnung, was noch machen. Du könntest öfters mal so Farben tragen, ne? Ja, ein bisschen farbenfroh hier, ne? Ja, finde ich sehr, sehr gut. Ja, ich würde einfach mal sagen, Leute, um uns zwei, um vor allem die Familie zu unterstützen, abonnieren wir alle diesen Kanal, sehen uns morgen, drücken auf Gefällt mir. Ja, schreibt in den Kommentaren, was ihr zu den ganzen News sagt. Schaut doch gerne in der Beschreibung bei unseren Werbepartnern BitPanda und BingX vorbei. Besonders BitPanda jetzt für die modierten Leute in Deutschland. Genau, absolut. Werd doch so ein Teil unserer Instagram, Telegram, TikTok-Seite, da seid ihr auch willkommen. Like den Kanal und bleibt mit uns auf ewig hier verbunden. Im Kryptosektor sind wir alle Sändler oder Kunden. Der Kryptosektor hat genug Benzin in seinem Tank. Sina-Luis-Bio-Doppel-Z sagt von Herzen Dank.